Alles, was recht ist. Der Rechts-Podcast für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Alles, was recht ist. Der Rechts-Podcast von Gansel Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblings-Rechts-Podcast. Ich bin Martin Wiesel, heute leider ohne unsere liebe, eloquente Sina-Marie Sprehn. Dafür mal wieder mit dem coolsten Typ im Büro, Tim Granzo. Hi, Tim. Hallo Martin. Wir haben den 6. August 2020. Heute geht auch der Podcast raus, also wir nehmen fast live auf. Wir haben ein aktuelles Thema mitgebracht und einmal mehr wichtige Informationen für alle Dieselfahrer in Deutschland. Dafür haben wir uns eine Expertin nicht nur im Bereich Jura eingeladen, sondern auch in Bezug auf VWs Schummeleien. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, weil den Rest erzählt euch Tim. Ganz genau, das mache ich. Heute ist die liebe Romy Vandelo bei uns. Hallo Romy. Hallo. Und wie man am Namen schon merkt, haben wir dieses Mal explizit für dieses Thema keine Kosten und Mühen gescheut. Sind einmal quer durch Deutschland gereist, in die Niederlande. Wir haben da hunderte Kanzleien abgeklappert, tausende Anwälte gefragt, wollt ihr heute bei uns hier sein im Podcast. Und wie ihr euch schon denken könnt, alle haben Nein gesagt. Dann sind wir niedergeschlagen zurückgekommen und Romy hat uns aufgemuntert und gesagt, ach komm, wenn keiner will, dann mache ich das. Vielen Dank an der Stelle schon mal Romy. Sehr gerne. Martin hat es ja schon angesprochen. Heute ist ein wichtiges Thema an der Reihe. Es gab einige BGH-Urteile. Einige Urteile, die, nun ja, nennen wir es, nicht so schön ausgefallen sind. Und die möchten wir heute mit dir durchgehen. Vorher erst mal die Frage von mir. Wir hatten ja im Mai erst ein BGH-Urteil, was sehr positiv ausgefallen ist. Dort wurde entschieden, dass VW sehr wohl betrogen hat. Wie kann es dann sein, dass jetzt ein paar Monate später sowas dabei rumkommt? Also wir haben hier in den aktuellen Urteilen einfach unterschiedliche Rechtsfragen, die dann problematisch waren. Und dementsprechend kam es dann auch zu den unterschiedlichen oder anderen Ergebnissen. Ich möchte allerdings ganz am Anfang noch mal ganz kurz den Hinweis geben, das sind alles BGH-Urteile in Bezug auf einen ganz speziellen Motortyp. Und zwar ging es hier um den ER 189. Ja, möglicherweise gibt es ein paar Fragen, die auch Gegenstand der Entscheidung waren, die vielleicht auch darüber hinaus Auswirkungen haben. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber grundsätzlich erst mal können sich alle beruhigen. Insbesondere Fahrer von anderen Motortypen können nach wie vor immer noch klagen. Auch da machen wir hier bei Ganze ja sehr positive Erfahrungen. Ja, das ist mir ganz wichtig am Anfang. Ich könnte jetzt schon einsteigen, ich weiß nicht. Ich würde noch mal kurz alle Zuhörer abholen. Am 25. Mai, davon hat Tim gerade gesprochen, hat der BGH sich das erste Mal zu diesem Skandal geäußert und hat da auch ganz klar gesagt, VW hat betrogen und VW muss seine Kunden entschädigen. Und wie du schon sagtest, dabei sind einige Detailfragen noch offen geblieben und die hat der BGH jetzt in der letzten Woche am 30. Juli mit vier Urteilen geklärt. Und die würden wir jetzt einfach mal kurz auseinandernehmen, um zu bestimmen, für wen diese Urteile nun relevant sind und für wen nicht und was das jetzt alles überhaupt bedeutet. Und deswegen würde ich gleich mal mit dem ersten Urteil einsteigen und zwar zu dem Thema Kauf nach Bekanntwerden. Das ist jetzt bei uns eine total gängige Bezeichnung, aber ich glaube, da draußen weiß man noch nicht so richtig, worum es geht. Deswegen kannst du uns kurz einfach mal schildern, worum es in diesem Fall ging. Ja, also in dem konkreten Fall ging es um einen Kläger, der im August 2016 erst sein Fahrzeug gekauft hat. Dieses Kauf nach Bekanntwerden, das ist für uns natürlich sehr geflügelt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die vielleicht nicht ganz so tief drinstecken in der Thematik, da noch ein Fragezeichen haben. Deswegen vielleicht einmal kurz die Erklärung, dass der Zeitraum, ab dem man von einem sogenannten Bekanntwerden eigentlich ausgehen muss, ist der 22.09.2015. Zu dem Zeitpunkt oder an dem Tag gab es eine sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung von VW. In dieser Mitteilung hat VW zum allerersten Mal, allerdings adressiert an die Anleger, ist zum ersten Mal darauf eingegangen, dass es Unregelmäßigkeiten gibt bei diesem konkreten Motortyp. Aus unserer Sicht, wie sich das schon anhört, sehr vorsichtig formuliert. Und ab dem Zeitpunkt ging aber auch die mediale Berichterstattung los. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kamen dann diese ganzen Schlagzeilen, die man so kennt, dieses Skandal, das hat da so alles seinen Anfang genommen. Und jetzt in dieser Entscheidung, weil ein Kauf im August 2016 natürlich nach dieser Ad-Hoc-Mitteilung stattgefunden hat, ging es ganz konkret dann um die Frage, ob denn nach dem Bekanntwerden überhaupt noch ein Anspruch besteht. Und wir hatten jetzt vorher schon, ja, ich sag mal, zwar ein bisschen in eine gewisse Richtung gehende OLG-Rechtsprechung, aber durchaus auch positive Urteile in dem Bereich von OLGs, insbesondere OLG Koblenz hat zum Beispiel den Anspruch einmal bejaht in der Konstellation, in dem der Kauf 2017 sogar erst stattgefunden hat. Und aus dem Grund waren wir natürlich alle sehr, sehr gespannt darauf, was der BGH hier sagt. Kannst du nochmal kurz, warum hat der Zeitpunkt des Kaufs überhaupt etwas damit zu tun, ob ein Anspruch besteht oder nicht? Weil man sich eben die Frage stellen muss, ob die Anspruchsgrundlage, die wir hier haben, das heißt, es werden immer, ein deliktischer Anspruch wird hier geltend gemacht. Deliktisch bedeutet, dass jemand sich deliktisch verhalten hat, also entgegen rechtlicher Vorschriften gehandelt hat, kann man so sagen. Und die Frage ist, ob alle Tatbestandsmerkmale, so nennen wir das, immer noch vorhanden sind ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Kenntnis rein theoretisch möglich war. Und wir haben da unterschiedliche Tatbestandsmerkmale, unter anderem die Sittenwidrigkeit. Und die Sittenwidrigkeit, die hat eine sehr große Rolle jetzt in diesem Urteil gespielt. Allerdings, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, die Urteilsbegründung liegt uns nach wie vor nicht vor. Das heißt, alles, was ich jetzt gerade sagen kann, bezieht sich auf die Pressemitteilung. Und da war es in der Tat so, dass der BGH relativ eindeutig gesagt hat, dass durch diese Ad-Hoc-Mitteilung vom 22.09.2015 die Sittenwidrigkeit entfällt. Weil die Beklagte zu dem Zeitpunkt und durch die Ad-Hoc-Mitteilung ihr Verhalten nach außen erkennbar geändert hat, das heißt nicht mehr getäuscht hat, sondern zum ersten Mal gesagt hat, wir haben hier Unregelmäßigkeiten, könnte man ab dem Zeitpunkt nicht mehr davon ausgehen, dass das Verhalten sittenwidrig war. Und durch die zu erwartende Medienberichterstattung konnte man davon ausgehen, dass das Vertrauen der Kunden derart erschüttert sei, dass man da nicht mehr, die Formulierung ist arglos, sein konnte. Ich möchte allerdings an dieser Stelle zum einen darauf hinweisen, dass in der Entscheidung ein VW, also auch VW-Fahrzeughersteller war. Wir haben allerdings den E189-Motor zum Beispiel auch in Audi-Fahrzeugen verbaut, Skoda und Seat. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus, natürlich werden wir die Urteilsbegründung noch sehr ausführlich prüfen, aber wir gehen aktuell davon aus, dass man zumindest bei anderen Fahrzeugherstellern durchaus immer noch auch von dieser Sittenwidrigkeit ausgehen muss. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was genau bedeutet das denn für die Menschen, die jetzt bereits klagen, aber im Prinzip durch diese Entscheidung des BGH jetzt dadurch betroffen sind? Also insbesondere jetzt Menschen, die schon im Klageverfahren sind? Ganz genau, ja. Da ist es durchaus so, dass man möglicherweise zumindest in genau der gleichen Konstellation, die da jetzt entschieden wurde, also sprich VW-Motorhersteller und Fahrzeughersteller, muss man schon damit rechnen, dass man vor Gericht nicht mehr so erfolgreich sein wird. Ich möchte das aber an dieser Stelle noch sehr vorsichtig behandeln, diese Aussicht, weil eine Pressemitteilung einfach auch nicht so aussagekräftig ist natürlich wie die Urteilsbegründung am Ende. Und es ist auch so, dass wir ja auch nach wie vor noch einige EuGH-Urteile erwarten, in denen auch wiederum Dinge Gegenstand sind, aus denen wir dann wiederum auch etwas ziehen können, auch für diese Verfahren hier. Okay, also der BGH hat jetzt erstmal entschieden, dass durch die Ad-Hoc-Mitteilung VW im Prinzip danach nicht mehr sittenwidrig gehandelt hat, weil sie gesagt haben, sorry, wir haben hier einen Fehler gemacht, ab jetzt wird alles besser, mehr oder weniger. Genau, das ist richtig. Okay, und der Stichtag ist der 22. September 2015. Auch das ist richtig. Und was bedeutet das jetzt tatsächlich für alle, die ihren Diesel danach gekauft haben? Also du hast ja schon gesagt, es geht insbesondere um den VW mit E189 Motor. Wie sieht es mit allen anderen Dieselfahrern so aus? Also wir sind nach wie vor, wenn man jetzt ein bisschen differenziert und nach Motortyp geht, was den E189 Motor angeht, sind wir nach wie vor optimistisch, vielleicht vorsichtig optimistisch, aber optimistisch, was andere Fahrzeughersteller angeht. Das heißt, da könnte aktuell noch geklagt werden. Und da würde man auch in den Verfahren keine andere strategische Entscheidung treffen. Was andere Motoren angeht, ist nach wie vor alles offen. Also wir haben ja zum Beispiel auch Mandanten mit dem Nachfolgemodell ER288. Da haben wir jetzt auch im Juni oder im Juli das erste positive Urteil erstritten. Und da kann nach wie vor geklagt werden. Also diese Problematik, kauf nach bekannt werden, wurde hier wirklich nur in Bezug auf diesen einen Motortyp entschieden. Das ist ganz wichtig zu betonen. Da würde ich gerne einen Hinweis für unsere Zuhörer schaffen. Und zwar, wenn sich der ein oder andere jetzt nicht sicher ist, was er nun für einen Motortyp fährt oder welche Modelle überhaupt hier betroffen sind, gerne mal auf gansel-rechtsanwälte.de nachschauen. Wir haben da sehr ausführliche Listen, nur so nebenbei. Eine Frage noch zu den niedrigeren Instanzen. Heißt das jetzt automatisch auch, dass Landgerichte und Oberlandesgerichte genauso entscheiden werden? Oder werden die voraussichtlich trotzdem, so wie es vorher eigentlich war, zugunsten der Betroffenen entscheiden? Also wir haben in Deutschland eigentlich die sogenannte richterliche Unabhängigkeit. Das bedeutet, es gibt jetzt keinen Zwang, nur weil der BGH oder hier der Deliktsenat des BGHs entschieden hat, müssen das auch alle anderen Gerichte so machen. Allerdings hat sich das gezeigt in der Vergangenheit, dass es eigentlich rein faktisch so ist, dass die Gerichte sich dann doch danach richten. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn es jetzt noch positive Urteile gibt, in genau dieser Konstellation, die Beklagte höchstwahrscheinlich in die nächste Instanz gehen wird. Und spätestens dann muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass die positiven Urteile, die dann noch im Raum wären, gekippt werden würden. Aber gerade weil wir auch mit dem OLG Koblenz schon mal ein Gericht hatten, ein zweitinstanzliches Gericht, was sich sehr positiv geäußert hat in der Thematik, ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie dann in Zukunft das OLG Koblenz beispielsweise damit umgehen wird. Wenn es auf dem Klageweg dann nicht mehr klappt, gibt es ja eventuell noch eine andere Möglichkeit, seinen Schummeldiesel loszuwerden? Ja, so pauschal ist es schwierig zu beantworten. Wir haben zumindest für bestimmte Konstellationen andere Wege, die wir jetzt auch hier in der Kanzlei schon teilweise erfolgreich ausprobieren. Und zwar gibt es den sogenannten Autokreditwiderruf. Da gibt es jetzt auch ein sehr aktuelles, positives Urteil vom OLG München. Ganz konkret in Bezug auf Sixth Leasing. Und da ist es so, da es fehlerhaft über die Widerrufsbedingungen belehrt wurde, können die Mandanten oder die Kläger in den Fällen ihre kompletten Leasingraten zurückbekommen und haben dann, ich sage es jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, sind dann ihr Fahrzeug umsonst gefahren. Allerdings gibt es da bestimmte Voraussetzungen. Es muss ein Privatleasing sein. Wir brauchen oder es muss ein Leasingvertrag sein, der nach dem Juni 2014 abgeschlossen wurde. Ein gewisser Sollzins muss vereinbart sein. Das wissen dann die Menschen, die den Vertrag abgeschlossen haben. Ich denke, das ist da selbsterklärend. Und der Vertrag müsste noch laufen. Und wenn diese Voraussetzungen aber erfüllt sind, möchte ich ganz stark empfehlen, dass man sich mal auf die Homepage, ja, dass man mal auf die Homepage kommt und sich das einfach mal anschaut, was wir dazu geschrieben haben. Absolut. Also wie ihr alle das ja schon von uns kennt, es gibt absolut kostenfreie Erstprüfungen und so weiter. Also gar kein Risiko. Schaut es euch einfach mal an. Ich würde sagen, dieses Thema Kauf nach Bekanntwerden haben wir damit erstmal hinreichend abgearbeitet. Ich würde direkt zum zweiten Urteil kommen. Da geht es nämlich um eine Sache, die mir persönlich sogar, aber auch den meisten wahrscheinlich gar nicht so sehr geläufig war, nämlich das Thema Deliktzinsen. Sag uns erstmal kurz, was das ist, um danach darauf zu kommen, worum es in dem Fall ging, bitte. Also deliktische Zinsen ergeben sich im Gesetz aus dem Paragrafen 849 BGB. Und das ist letztendlich wie so eine Art Sanktionierung, vorsichtig ausgedrückt, dafür, dass ich eine Sache nicht nutzen konnte. Dass ich nicht wirtschaftlich mit ihr arbeiten konnte, weil sie mir entzogen wurde. Und deswegen werden dann einfach diese Zinsen nochmal erhoben, weil ich hätte ja möglicherweise damit wirtschaften können, in irgendeiner Form. Ja, und worum ging es in dem BGH-Fall jetzt? In dem BGH-Fall ging es darum, da hatten wir sogar die Situation, dass das zweitinstanzliche Gericht, das OLG Oldenburg, also erstmal, was die Grundvoraussetzungen anging, ein ganz normaler, in Anführungszeichen, ja, Abgas-Skandal-Fall. Wir hatten einen Kauf 2014, das heißt, diese Kauf nach Bekanntwerden-Problematik war überhaupt, hat gar keine Rolle gespielt. Und dann wurde dieser Anspruch auch zugesprochen. Allerdings die deliktischen Zinsen zunächst nicht vom erstinstanzlichen Gericht. In der zweiten Instanz wurden die dann zugesprochen, und zwar sind die deliktischen Zinsen, und das ist so ein großer Vorteil an diesen Zinsen. Das sind vier Prozent, die ab Kaufpreiszahlung eigentlich dann anfallen. Und das sind dann teilweise, je nachdem, wann das Fahrzeug gekauft wurde, hier ja im August 2014, kommt da schon einiges zusammen. Also das sind zum Teil erhebliche Summen. Und hier hat eben das OLG Oldenburg diese Zinsen zugesprochen, und der BGH wiederum hat aber diesen Aspekt gekippt. Also hat da einfach ganz klar gesagt, es gibt keine deliktischen Zinsen. Die Begründung, ja, kann man, muss man sich jetzt wahrscheinlich mit abfinden, aber die Begründung ging eben ein bisschen in die Richtung, ja, es hier wurde etwas entzogen, also das Geld für das Fahrzeug, oder was für den Fahrzeugkauf aufgewendet wurde. Allerdings haben ja die Personen dafür trotzdem etwas erhalten. Sie haben ein Fahrzeug erhalten, mit dem sie auch fahren konnten. Und deswegen wurde die Voraussetzung für diese Zinsen nicht gesehen. Also diesen Entzug der Sache, den ich eben gerade angesprochen hatte, der wurde hier verneint, gerade weil man etwas bekommen hat dafür. Wie sieht es dann jetzt in diesem Fall aus? Hat das Auswirkungen auf andere Dieselfahrer auch? Auch vielleicht auf andere Motorenmodelle? Oder bleibt das wieder nur bei diesem speziellen, vielleicht VW und auch dem Motor dann? Also hier müssen wir leider davon ausgehen, dass das auch Auswirkungen auf andere Motortypen haben könnte und dann ganz konkret einfach bedeuten würde, dass man diese deliktischen Zinsen nicht mehr mit geltend machen kann. Allerdings möchte ich auch an dieser Stelle betonen, prüfen wir zurzeit andere Möglichkeiten, Zinsen zu beantragen. Es gibt auch Verzugszinsen, die geltend gemacht werden können. Und auch da warten wir einfach auf die Urteilsbegründung und würden uns dann anders orientieren. Verzugszinsen, fallen die dann ungefähr gleich aus? Ja, also wir haben ein Urteil doch mal gehabt, bei dem ein Gericht wirklich davon ausgegangen ist, dass der Verzug sich dadurch begründen lässt, dass jemand deliktisch handelt. Das würde hier dann schon aufs Gleiche bei rauskommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei Verzugszinsen zunächst natürlich die Gegenseite in Verzug gesetzt werden muss. Das heißt, wir machen das beispielsweise, wenn man zunächst ein Anspruchsschreiben an die Beklagte sendet und den Anspruch geltend macht mit einer gewissen Frist und die Beklagte aber dem nicht nachkommt. Das macht sie in der Regel ja natürlich nicht. Ab dem Zeitpunkt wäre sie dann in Verzug. Das heißt, man hätte hier schon nochmal ein anderes zeitliches Element, aber es wären immerhin noch weitere Zinsen. Und was man aber vielleicht dazu noch sagen sollte, es gibt ohnehin immer Zinsen ab Rechtshängigkeit. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem die Klage der Gegenseite zugestellt wird, haben wir ohnehin einen Zinsanspruch. Also das wäre dementsprechend nur der zusätzliche Anspruch. Kannst du uns vielleicht mal ein Rechenbeispiel geben, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie viel diese Deliktzinsen ausmachen können? Ja, also grundsätzlich würde ich empfehlen, es gibt einen Zinsrechner, dann könnte man das selber natürlich nochmal ausrechnen. Aber wir haben hier ein Beispiel für das Datum der Kaufpreiszahlung 25.08.2014. Also ähnlich genau wie hier in dem Fall eigentlich. Und in diesem Fall wäre es so gewesen, dass die deliktischen Zinsen 4.760 Euro ausgemacht hätten. Also das sind wirklich erhebliche Summen. Das lohnt sich. Das ist ein Batzen. Von meiner Seite aus ist dieses Thema jetzt auch erstmal besprochen ausreichend. Was uns zu Urteil 3 bringt, da bleiben wir im Prinzip auch beim lieben Geld wieder. Und zwar ging es da um die Nutzungsentschädigung. Steigen wir erstmal damit ein, was ist denn eine Nutzungsentschädigung? Eine Nutzungsentschädigung ist das, was man, ja um das zu erklären, ist es vielleicht nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass wir hier immer auf Rückabwicklung oder Rückabwicklung geltend machen. Und dafür, dass man den Kaufpreis zurückbekommt, bekommt VW eine Nutzungsentschädigung, weil man trotzdem das Fahrzeug fahren konnte. Also das ist quasi die Nutzungsentschädigung, das was VW dafür bekommt, dass man den, ich sag jetzt einfach mal, leicht ausgedrückt den Vorteil hatte, das Fahrzeug zu fahren. Dann erzähl uns doch mal bitte kurz, worum es in dem Fall ging, bezüglich der Nutzungsentschädigung. In dem Fall ging es darum, dass das Gericht, ja das vorinstanzliche Gericht davon ausgegangen ist, weil wir hier eine Laufleistung des Fahrzeugs hatten von 255.000 Kilometern. Und da das Gericht davon ausgegangen ist, dass die Gesamtlaufleistung, das ist immer so eine Rechengröße, die notwendig ist, um diesen Nutzungsersatz zu berechnen, dass die in Höhe von 250.000 Kilometer anzusetzen ist. Und dadurch haben wir, das ist ja auf den ersten Blick schon klar, wenn aber das Fahrzeug mehr gefahren ist, als die zu erwartenden Gesamtlaufleistung, eigentlich einen aufgefressenen Anspruch. Und deswegen ging es da ganz konkret um die Frage, ob das überhaupt sein kann. Können wir zu einem Punkt kommen, bei dem das Fahrzeug so viel gefahren wurde, dass im Ergebnis am Ende kein Anspruch übrig bleibt. Und hier ist es so, dass ich zu Anfangs auch ganz kurz betonen möchte, dass diese Gesamtlaufleistung von 250.000 Kilometern nicht Gegenstand der Entscheidung des BGH war. Das heißt, der BGH hat nicht darüber entschieden, ob es jetzt wirklich richtig ist, von 250.000 Kilometern auszugehen. Das ist mir deswegen so wichtig zu betonen, weil wir beispielsweise von einer Gesamtlaufleistung von 300.000 Kilometern ausgehen. Und auch das wurde in der Vergangenheit von vielen Gerichten genauso angenommen. Und insbesondere auch in der Entscheidung vom 25.05. war es auch so, dass das vorinstanzliche Gericht von 300.000 Kilometern ausgegangen ist. Und auch das wurde da vom BGH nicht angegriffen, weil es aber auch da nicht Gegenstand der Entscheidung war. Und hier sehe ich das deswegen oder aus dem Grund auch nicht so problematisch, weil wir ohnehin auch schon immer davon ausgegangen sind, dass es einen Nutzungsersatz gibt. Es ist nicht schön und man hat sich natürlich auch was anderes gewünscht, aber das ist etwas, worauf wir uns immer eingestellt haben. Also ergibt sich daraus jetzt erst mal kein großartiges Problem? Genau, daraus ergibt sich kein Problem. Wir haben das auch immer in unseren Ansprüchen, in unseren Anträgen, in der Klage schon genauso deutlich gemacht, dass wir auch davon ausgehen, dass hier eine Nutzungsentschädigung zu zahlen ist. Wieder dieselbe Frage wie bei den anderen Fällen. Dieses Urteil hat das Auswirkungen auf alle anderen Dieselfahrer oder nicht? Auch hier, ähnlich wie bei den deliktischen Zinsen, muss man sagen, dass sich das wohl übertragen lässt auf alle anderen Motorhersteller. Okay, das ist jetzt also nicht unbedingt ein schlechtes Urteil, auch kein besonders gutes. Aber wir haben noch Urteil 4 auf Lager und das ist schon ein positives Urteil für alle VW-Fahrer oder Dieselfahrer insgesamt. Das werden wir gleich noch klären. Aber es geht um das berüchtigte Software-Update. Und da hat der BGH sich jetzt damit beschäftigt, ob das irgendeinen Einfluss auf den Anspruch hat. Genau. Was ich ganz interessant finde oder was vielleicht noch so ein bisschen lustig ist, dass das OLG Braunschweig hat sich ja immer wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, hier überhaupt Ansprüche zu sehen. Und hier ging es auch wirklich um eine Entscheidung vom OLG Braunschweig, die das nicht zugesprochen haben, den Anspruch. Zum einen mit der Begründung, dass doch bitte der Kläger die konkreten Personen benennen soll, die mit dem Abgasskandal zu tun hatten. Was natürlich absolut absurd ist. Woher soll denn der einfache Kläger, woher sollen wir überhaupt wissen, wer da bei VW welche Entscheidung getroffen hat? Also das heißt, das ist ein Grund, weshalb der BGH oder der eine Punkt, an dem der BGH gesagt hat, so kann man, aus dem Grund kann man schon den Anspruch ja nicht negieren. Und das andere Thema ist das Software-Update, was du gerade schon angesprochen hattest. Und da ging es um die Frage, ob denn der Anspruch entfallen kann, dadurch, dass das Software-Update zur Verfügung gestellt wurde oder durchgeführt wurde. Dass quasi der Schaden wieder gut gemacht wurde durch das Software-Update. Und hier hat der BGH aber sehr eindeutig gesagt, dass der Schaden in diesen Fällen besteht in dem ungewollten Vertragsschluss. Man wollte keinen Vertrag abschließen über ein Fahrzeug, das vom Dieselskandal betroffen ist. Und das Software-Update ist nicht in der Lage, diesen Schaden wieder gut zu machen, weil das an dem Vertragsschluss ja nichts ändert. Und aus dem Grund sehen wir das sehr positiv. Und auch diesen Gedanken des BGH kann man durchaus aus unserer Sicht auch auf andere Anbieter, auf andere Motoren übertragen. Weil auch da hat man möglicherweise Software-Updates, die von den Beklagten durchgeführt werden, in der Hoffnung, dass das vielleicht aus Sicht der Gerichte den Schaden wieder gut macht, um es einfach auszudrücken. Da hast du mir meine Frage jetzt vorweggenommen wieder, die klassische inzwischen hier. Man muss auch dazu sagen, das Software-Update insgesamt hat ja kaum positiven Nutzen erbracht, sondern noch mehr Probleme in der Regel mit sich gebracht. An der Stelle sei gesagt, es gibt auch Hardware-Nachrüstung für viele Fahrzeuge. Das stimmt. Auch darüber könnt ihr euch auf unserer Seite informieren. Vielleicht bringt euch das dann weiter. Ich muss sagen, ich fand die Argumentation des Software-Updates sowieso immer sehr zweifelhaft, dass sie sagen, wir schalten jetzt einfach per Update diese Abschalteinrichtung aus und dann ist alles super. Wenn das so einfach gewesen wäre, dann hätten sie es ja von Anfang an machen können, oder? Ja, absolut. Und was vor allen Dingen auch sehr interessant ist, gerade jetzt in den Fällen in Bezug auf den ER-288-Motor oder auch in T5-Fällen, das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil das ER-189-Motoren sind, die offiziell nicht betroffen sind. Das heißt, auch da klagen wir zurzeit das erste Mal, um so ein bisschen zu schauen, weil wir der Meinung sind, dass auch da doch illegale Abschalteinrichtungen drin sind. Nur da gibt es eben noch keine offiziellen Rückrufe. Und in den Fällen ist es wirklich so, dass die Beklagte teilweise den Mandanten Briefe schickt, indem sie dann darauf hingewiesen werden, dass doch bitte ein Software-Update durchgeführt werden soll. Selbstverständlich kostenfrei und ohne Nachteil für sie. Und wir sehen da ganz klar eine Masche oder den Versuch, dass hier heimlich, stimmend leise diese Abschalteinrichtung außer Kraft gesetzt wird. Damit man sie danach nicht mehr nachweisen kann. Genau. Ja, super. Wollen wir ein Fazit ziehen? Lass uns doch mal ein Fazit ziehen, beziehungsweise Romy, lass uns doch mal zusammen ein Fazit ziehen. Wir haben jetzt schon betont, dass es nicht unbedingt in unserem Sinne hier abgelaufen ist, aber lohnt sich Klagen gegen VW trotzdem noch? Auf jeden Fall. Sie lohnen sich noch. Selbst bei ER 189 Motoren lohnen sie sich noch. Und zwar einmal in der Konstellation Kauf vor dem 22.09.2015 und in den Fällen, in denen eine MFK-Hemmung, also Hemmung durch die Musterfeststellungsklage vorhanden ist. Das bedeutet, in den Fällen, in denen die Mandanten angemeldet waren zur Musterfeststellungsklage, da kann immer noch geklagt werden. Ansonsten haben wir bei dem ER 189 Motor durchaus das Verjährungsproblem. Das kann man auch ganz offen ansprechen. Und in den Fällen, in denen der Kauf nach dem 22.09.2015 stattgefunden hat, würden wir auch nach wie vor davon ausgehen, dass möglicherweise in der Konstellation, dass der Fahrzeughersteller ein anderer ist. Also hier an dieser Stelle noch mal erwähnt, Audi, Skoda und Seat haben auch ER 189 Motoren teilweise. Da sehen wir momentan immer noch Erfolgsaussichten und werden auch hier noch mal sehr intensiv die Urteilsbegründung prüfen. Also einmal in den Fällen und natürlich bei anderen Motortypen. Bezüglich Audi, Seat und Skoda geht es da darum, dass die Ad-hoc-Mitteilung oder die Pressemitteilung damals von VW kam und vielleicht einigen Leuten gar nicht so bewusst ist, dass ihr Fahrzeug zu der VW-Gruppe gehört? Genau, das ist richtig. Also ich möchte vielleicht ohnehin mal ganz kurz aus der Ad-hoc-Mitteilung zitieren, weil ich das immer sehr skandalös finde, dass das wirklich ausreichen soll, um die Leute aufzuklären. Hier war, also klar, zum einen der Punkt, es kam von VW und richtete sich ohnehin an die Anleger und dann war hier auch lediglich von diesem Motortypen die Rede und es wurde, es heißt hier, bei diesem Motortyp wurde eine auffällige Abweichung zwischen Prüfstandswert und realem Fahrbetrieb festgestellt. Also das soll ausreichen, um die Mandanten oder Geschädigten darüber aufzuklären, das ist schon sehr fragwürdig. Und wenn man dann noch mal das zusätzliche Element hat, dass viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, wenn sie einen Audi fahren mit R189 Motor, dass hier dann wirklich VW auch oder dass dieser Motor überhaupt verbaut ist. Zwei Sachen will ich hier nur anmerken. Falls ihr euch gefragt habt, wer die ganze Zeit die Beklagte ist, das ist die VW AG, nur mal so. Und dann gibt es ja natürlich noch andere Dieselfahrzeuge, Mercedes, BMW etc. außerhalb des VW-Universums. Lohnt es sich da auch weiterhin, gegen vorzugehen? In jedem Fall. Also da haben wir ja gerade insbesondere diese etwas ernüchternde oder das etwas ernüchternde Urteil in Bezug auf diese Kauf-nach-bekannt-werden-Konstellationen, die spielt in keinster Weise eine Rolle für die anderen Motoren. Und alle weiteren Sachen, deliktische Zinsen, Nutzungsersatz, das mag vielleicht nicht ganz so schön sein, aber das führt ja nicht dazu, dass der Anspruch grundsätzlich nicht besteht. Genau, es geht ja nur darum, sich für diese Betrügereien entschädigen zu lassen und im Zweifel auch den Diesel loszuwerden, weil damit fährt man jetzt auch nicht mehr gerne in der Stadt rum. Sehr gut. Also Leute, wie gesagt, es lohnt sich trotzdem, geht dagegen vor. Mit Gansel, bitte. Mit Gansel, mit uns, ganz genau. Und während ihr euch jetzt unsere Website durchschmökert und nebenbei weiterlauscht, läuten wir eine wunderschöne Kategorie ein, um den Ganzen noch einen ganz entspannten Abschluss zu geben, die da heißt Echte Rechte. Klingt komisch, ist aber so. Echte Rechte, so, so. So, bleiben wir mal beim Thema Abgasskandal im weitesten Sinne. Und zwar geht es jetzt um Umwelt, Umweltgesetze. Liebe Romy, ich lese dir jetzt von der Sina liebevoll vorbereitete weltweite Gesetzgebungen vor und du entscheidest dann, ob wir die auch in Deutschland brauchen, ja oder nein und warum. Bist du bereit? Okay. Okay. Nummer eins. In Singapur ist das Kaufen von Kaugummi seit 1991 verboten. Es gibt 1000 Euro Strafe, wenn man dabei erwischt wird und vermutlich jetzt auch noch auf den Boden spuckt. Begründung, Kaugummis verursachen viele Nachteile für Bürger und Umwelt. Seit 2004 wurde das Gesetz etwas gelockert. Jetzt kommt's. Und Kaugummis dürfen auf ärztliche Anordnung gekaut werden und gekauft natürlich auch. Brauchen wir sowas in Deutschland? Also ich glaube, das würde noch ein bisschen zu weit gehen. Ich kann durchaus verstehen, dass Kaugummis ja auch zur Umweltverschmutzung führen, wenn man sie beispielsweise auf die Straße spuckt. Aber vielleicht könnte man einfach anfangen, so wie das ja glaube ich jetzt in Berlin auch schon gemacht wird oder in anderen Bundesländern auch, dass das dann eine Ordnungswidrigkeit ist und dass man den Leuten das grundsätzlich verbietet, ist doch sehr drastisch. Genau. Gab es in Singapur nicht auch die Prügelstrafe, wenn man den Kaugummi auf dem Boden spuckt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber... Schlecht vorbereitet. Ja, ich hab's ja nicht vorbereitet. Also insofern ist das durchaus schlecht vorbereitet. So, bleiben wir in Singapur. Ich lese die Sachen hier auch zum ersten Mal. Sehr witzig für mich deswegen auch. Und das ist eine Sache, die hatte ich letztens erst am Alex, als ich im Fahrstuhl war. Einen Fahrstuhl, in den gerne mal reingepisst wird. Bringt uns zum nächsten Gesetz, was die Sina hier rausgesucht hat. Und zwar ist es so, dass das, warum auch immer, Urinieren in Aufzügen verboten ist in Singapur. Es gibt in diesen Aufzügen sogar Detektoren, durch denen sich der Aufzug automatisch schließt, wenn man da reinpinkelt. Und dann ist man da einfach gefangen. Brauchen wir sowas hier? Ich meine ja, aber was sagst du dazu? Also, das mit den Detektoren finde ich ein bisschen schwierig, wenn dann Leute da möglicherweise für einen längeren Zeitraum gefangen sind in einem Aufzug, in dem man sich vielleicht auch nicht mehr aufhalten möchte, nachdem das darin passiert ist. Dafür hat man sich ja dann selber entschieden. Ja gut, das stimmt natürlich auch. Und wahrscheinlich bleibt das doch sehr nachhaltig im Gedächtnis. Aber ich würde einfach mal sagen, auch in Deutschland kann man nicht in den Aufzug urinieren. Oder darf man nicht. Also Leute, ihr bleibt nicht gefangen, aber ihr solltet es trotzdem nicht machen. Kommen wir zum Thema Schummeln. Ist nicht mehr so ganz Umwelt, aber Schummeln kann VW und Co. ja auch gut. In Indien kostet das Schummeln bei Prüfungen Geld. Wir reden jetzt speziell von Studenten. Wenn die erwischt werden beim Spicken, dann kostet die das 2000 Rupie, was sich jetzt erstmal viel anhört. Das sind 30 Euro. Allerdings muss man dazu sagen, ich als Student war jetzt auch kein glänzendes Vorbild und habe auch das eine oder andere Mal mich dazu verleiten lassen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen solltest. Ne, ich sage ja nicht in Prüfung. Ich habe nicht gesagt, dass ich das in Prüfung gemacht habe. So zwischendurch einfach mal, um zu gucken, ob ich es kann. Brauchen wir sowas hier in Deutschland? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich glaube, dass, oder auch aus meiner eigenen Erfahrung im Studium kann ich sagen, wenn man, nicht, dass ich das selber gemacht hätte, aber man bekommt es ja manchmal mit, dass da Leute schummeln in der Prüfung auch. Und wenn dann eine Klausur nicht gewertet wird, möglicherweise sogar im Staatsexamen, dann ist, glaube ich, die Sanktion derart hart. Oder, ja, reicht das schon aus? Ja, also so könnte ich nicht sein. Also betrügen bei der Prüfung, also entschuldige bitte, aber das geht gar nicht. Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht in Prüfung gemacht, ne, will ich nochmal klarstellen. Nicht, dass mir hier nachträglich irgendwas aberkannt wird. Falls ich in die Politik gehen sollte, sollte ich mir so eine Sätze auch vorher überlegen und sein lassen. Kommen wir nach Turkmenistan. Immer noch schummeln. Sina hat hier die verrücktesten Länder rausgesucht. Die Regierung erließ 2005 ein Verbot von Playbacks für Sänger und Gruppen in Fernsehshows und bei kulturellen Events. Ziel, die authentische Kultur des Landes zu erhalten. Im Hinblick auf Helene Fischer und Co. brauchen wir sowas? Ich glaube, das wollen wir gar nicht. Also deswegen würde ich da, ne. Sehr gut, okay, das war eine kurze Nummer, gehe ich komplett mit. Kommen wir zum letzten Punkt. Falsches Innenleben ist hier das Thema, was auch immer uns da erwartet. Ich hoffe, nichts Ekelhaftes. In Minnesota. Frauen im US-Staat Minnesota können für 30 Tage ins Gefängnis wandern, wenn sie öffentlich als Weihnachtsmann verkleidet auftreten. Berechtigt oder unberechtigt? Absolut unberechtigt. Also ich würde mich doch als Feministin bezeichnen und ich bin ganz klar der Meinung, auch Frauen können Weihnachtsmann sein, wenn sie das möchten. Ja, die Frage wäre ja, ob Männer ebenfalls als Weihnachtsmann verhaftet werden. Vielleicht ist ja der Weihnachtsmann in Minnesota einfach unter Strafe gestellt. Ja, weil der Grinch da der Bürgermeister ist. Absolut. Ja, Freunde, ich würde sagen. Haben wir es? Wir haben es. Romy, vielen Dank. Wir haben viel dazugelernt. Alle Dieselfahrer, ich werde nicht müde, es zu betonen, kommt auf unsere Seite, macht alle kostenfreien Checks, die wir euch zur Verfügung stellen und dann werdet ihr sehen, ob es Sinn ergibt für euch, euch ein bisschen Geld von den Herstellern zu holen. Tim, dir auch vielen Dank für deinen, nennen wir es Beitrag. Ein Diss heute nur in der Sendung. Also es wird schon besser. Ja, heute nur einer. Mal gucken, wie es nächstes Mal wird. An alle Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schaut auf unsere Webseite, abonniert unseren Podcast oder liked ihn oder was auch immer man damit heutzutage alles macht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist. Der Rechts-Podcast von ganzer Rechtsanwälte.